Wir als Kastner Gruppe präsentieren in unserem großen Sortiment von über 60.000 Artikeln, traditionellerweise mit Kastner Geschirr & Co und Biogast, diesmal zwei Schwerpunkte. Einerseits den größten Onlineshop für regionale Produkte, myproduct.at. Da haben wir insgesamt über 5000 Artikel von österreichischen Bauern und Manufakturbetrieben und die wirkliche Sensation ist die Kooperation exklusiv für Österreich mit der Firma Bocussini, wo wir einen 3D-Lebensmitteldrucker präsentieren und das ist die absolute Neuigkeit. Wie wir das schon präsentieren mit der Lebensmittel-3D-Druckvariante, das ist einfach für Konditoren, für High-End Gastronomie eine absolut tolle Sache. Insgesamt 30 verschiedene Lebensmittel können wir bereits drucken und dieses Produkt ist exklusiv in Österreich über die Firma Kastner erhältlich.